I love you! Hurra-Karte, mega geiles Ding, mein herzliches Stadion in Argentinien. War ein bisschen kurios mit den Karten, du musst an die Geschäftsstelle gehen, musst dann deinen Personalausweis oder deinen Reizepass besser mitnehmen, damit das funktioniert, also vergiss das nicht und dann kriegst du aber eine Karte, das sieht aus wie eine Dauerkarte, ist auch ein schönes Änderungsstück, also nicht so schlecht. Und ich glaube, wenn ich mich nicht recht erinnere, dann war der Prof und der Professor, die waren auch schon mal hier, oder Jojo, einer von euch war schon mal hier, hat ein geiles Video gezeigt, da habt ihr ein Kick gesehen, will euch noch mal was von hören, guckt euch mal um, richtig geiles Ding. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020